Hallo Leute, in diesem Video stelle ich dir verrückte Erfindungen vor, die wirklich existieren. Wenn du mehr interessante und unterhaltsame Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Los geht's! Immer wieder gibt es neue Erfindungen. Alles, was um uns herum ist, wurde einst von irgendjemandem erfunden und der Erfindergeist der Menschheit nimmt einfach kein Ende. Denn noch heute kommen immer wieder neue Technologien, Geräte und Ideen auf den Markt, die unser Leben bereichern und verändern. Doch nicht alle Erfindungen sind wirklich hilfreich. Manche sind einfach nur nutzlos, andere skurril und wieder andere völlig verrückt. Die besten verrückten Erfindungen habe ich hier für dich zusammengestellt. Nummer 1. Das Kaffeebecherbügeleisen Diese Erfindung ist wohl für alle, die es morgens eilig haben und vor der Arbeit noch schnell ihr Hemd bügeln wollen, ohne dabei auf den Kaffee zu verzichten. Das Kaffeebecherbügeleisen löst das Problem, das eigentlich nicht wirklich eins ist, indem es die beiden Dinge verschmelzen lässt. Man trinkt seinen Kaffee also aus dem Bügeleisen oder bügelt mit seinem Kaffeebecher, wie auch immer man es sehen will. Höchst skurril und gefährlich, denn die Gefahr, dass der Kaffee überschwappt und unschöne Flecken hinterlässt, ist nicht gerade gering. In dem Fall hätte sich dann auch das Bügeln rein gar nicht gelohnt und man hätte den Kaffee einfach in Ruhe trinken sollen. Besonders sinnvoll ist es also nicht. In die Sammlung der skurrilen Haushaltsgeräte gehört es aber definitiv. Definitiv. Nummer 2. Schneckenschleimmaske Was sich schon sehr komisch anhört, ist es auch. Menschen schrecken wirklich vor nichts zurück, um ihre Haut ein wenig glänzender, straffer und reiner zu machen. Zum Glück kriechen einem bei der Schneckenschleimmaske keine Schnecken im Gesicht herum. Das Schleimsekret der Schnecke wird vielmehr vorher gesammelt, indem man Schnecken auf Glas herumkriechen lässt und den Schleim, den sie hinterlassen, anschließend einsammelt. Daraufhin wird er dann zu der wundervollen Gesichtsmaske weiterverarbeitet. Doch warum sollte man sich mit Schneckenschleim eincremen? Angeblich spendet der Schneckenschleim viel Feuchtigkeit und beseitigt Unreinheiten. Na dann her mit dem Schleim. Nummer 3. Der Hamdogger Auch beim Essen werden wir immer wieder erfinderisch und kreieren eine ausgefallene Speise nach der nächsten. Diese Erfindung ist im Vergleich sehr simpel und insbesondere für jene unter uns, die sich nie entscheiden können, ein echter Segen. Der Hamdogger ist, wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt, eine Mischung aus einem Hamburger und einem Hotdog. Ein Hamdogger eben. Der Hamdogger kommt in einem Hotdogbrötchen mit einem Burger in Form einer Wurst. Wer das nächste Mal also vor der Entscheidung steht, Hotdog oder Hamburger, nehme einfach den Hamdogger und tauche ein in ein völlig neues Geschmackserlebnis. Nummer 4. Der Riesengummibär Eine weitere verrückte Erfindung ist der Riesengummibär. Er ist definitiv der große Bruder des Gummibärchen. Er ist sozusagen die erwachsene Version des Gummibärchens, eben ein richtiger Bär. Der Riesengummibär wiegt ganze 2,2 Kilo und kommt mit unglaublichen 6120 Kalorien daher. Den Riesengummibär gibt es zudem in allen üblichen Farben und Geschmacksrichtungen. Warum man sich diesen Brummer kaufen sollte, ist jedoch fraglich. Das einzige Gute ist, dass man sich sicher sein kann, auch wirklich nur seine Lieblingsfarbe zu bekommen. Nummer 5. Die Urinierhilfe für Frauen Diese Erfindung ist wirklich verrückt, auch wenn sie wohl einen praktikablen Sinn verfolgt. Welche Frau hat sich nicht schon einmal gewünscht, ihre Blase einfach im Stehen entleeren zu können und sich nicht erst hinter einen Busch zu hocken? Die Natur hat dies jedoch den Männern vorbehalten. Mit der Urinierhilfe für Frauen wird das Unmögliche nun möglich gemacht. Es ist wie eine Art Adapter, welcher den Urin ableitet. Für alle Frauen, die gern auch mal ganz unproblematisch im Freien urinieren wollen, ist diese Erfindung scheinbar die perfekte Lösung. Doch ganz ehrlich, wo soll man das Ding danach verstauen? Und unauffällig ist man mit diesem Teil auch nicht unterwegs. So ganz durchdacht ist diese Erfindung also noch nicht. Nummer 6. Der Entenschnabel-Maulkorb Zu den witzigsten unter den verrückten Erfindungen zählt dieser Maulkorb in Form eines Entenschnabels. Er lässt unsere Vierbeine ein wenig wie aus einer Zirkus-Show aussehen. Mit dem Entenschnabel im Gesicht wird unser Hund zudem so schnell niemanden mehr Angst einjagen. In diesem Sinne also perfekt für Parkspaziergänge. Für Fasching und Halloween sind diese gelben Dinger ebenfalls bestens geeignet. In Nullkommanichts sieht dein Hund aus wie Donald Duck und du kannst passend dazu als Mickey Mouse gehen. Nummer 7. Die Butterreibe Was aussieht wie eine Käsereibe ist die Lösung im ewigen Kampf gegen kalte Butter und all unsere vergeblichen Versuche, sie irgendwie angemessen aufs Brot zu schmieren. Statt verzweifelt zu versuchen, die Butter irgendwie zu verstreichen und dabei sein Toast zu zerfetzen, reibt man sie einfach in kleine feine Stücke, die sich auf wunderbare Weise auf unser Brot schmiegen. Das Ganze sieht dann zwar eher wie Reibekäse aus und macht eigentlich sogar noch mehr Arbeit und Abwasch, aber zumindest ziehen sich keine Gräben mehr durch unser Butterbrot. Nummer 8. Der Kinderwagenroller Der Kinderwagenroller ist die Antwort auf viele Probleme. Er ist ökologisch, schnell und für Babys geeignet. Wer sein Kind also noch nicht in den Fahrradsitz setzen kann, der nehme ab sofort den Kinderwagenroller, um geschwind mit Kind von A nach B zu kommen. Die Kombination aus Kinderwagen und Roller scheint wirklich praktisch. Sicherheitsbedenken räumt der Kinderwagenroller dank seiner hydraulischen Bremsen einfach aus dem Weg. Er muss sich also nur noch bei den Müttern dieser Welt durchsetzen und schon kann aus einer verrückten Idee ein echter Hit werden. Nummer 9. Die Bananendose Diese Erfindung hat es bereits in die Haushalte von so manchem Bürger geschafft, doch skurril bleibt sie trotzdem. Hat die Natur der Banane nicht eine Schale geschenkt, um sie zu schützen? Naja, für Bananenliebhaber ist sie vielleicht doch nicht so verkehrt. Denn jeder weiß, wie es einer Banane in einem vollbepackten Rucksack ergehen kann. Nummer 10. Der Fleckenschutz Diese Erfindung ist wie ein Lätzchen für Erwachsene und noch viel mehr. Der Fleckenschutz soll Essensspritzer auffangen, die sich ansonsten über Gesicht, Haar und Kleidung verteilen würden. Besonders geeignet ist er für asiatische Nudelsuppengerichte oder generell alles, was wir nicht direkt in unseren Mund befördern können. Der Fleckenschutz ist jedoch nur etwas für Menschen mit Selbstbewusstsein. Schließlich sieht man damit aus, wie jemand, der im Foto-Rahmen stecken geblieben ist. Wem das egal ist und wer seine Kleidung um jeden Preis sauber halten will, der fühle sich frei, den Fleckenschutz beim nächsten Essen auszuprobieren. Das waren 10 verrückte Erfindungen, die wirklich existieren. Welche davon würdest du gerne mal ausprobieren? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.